Hallo, grüße euch. Ich bin heute leider schlecht drauf. Wie ich morgens aufstehe ist das Leben nur Geld. Also habe ich ein geiles System gefunden, um das Hamsterrad zu verlassen. Aber das Problem ist, dass die Hälfte gelogen ist oder sagen wir mal 90 Prozent. Die 10 Prozent Puzzle fehlt einfach nur. Das ist doch wirklich, also es ist immer das gleiche. Geld verdienen, 10.000 im Monat, aber der Puzzle am Ende, dieser genaue Stein wie man es wirklich macht, oder wie man es wirklich tun sollte, wird keinem gesagt. Punkt.